Polizei-Officer-Clack-Clack. Welche Tür? Küsst den mal. Küsst mal den Polizei-Officer. Warte. Sieht das aus wie Küssen? Du musst auch Kuss-Geräusche machen, so groß. Weiß. Oh, warte. Hier ist die lustige Magic-Kiste, man. Ah ja, warte. Soko wollte zu viel. Ah, okay, da ist er. Oh, diese Enttäuschung. Die Enttäuschung in deinen kleinen Roboter-Augen. Oh Mann, siehst du das? Ja, ist das traurig, Mann. Ich bin hinter dir. Oh Mann. Wackelst du hin und her? Ja, du wackelst hin und her, ja. Ah ja, krass, du hast gerade den Head ändern, Mann. Echt? Ja, Mann, pass auf. Oh ja, lustig. Ja, ich seh's, ja. Du hast so ein Dach oben drauf. Aber warum hast du so ein Dach? Ist das eine Solarzelle? Das kann ich uns verraten, das ist so ein Claptrap-Ding. Das ist so ein Claptrap-Ding. Okay, fett. Ein Echo, also wahrscheinlich irgendein kleines Aufnahmegerät oder sowas. Ah ja, wir suchen ein Echo, oder was? Ja. Echo Fresh. Wieso nicht so Echo Fresh in irgendeiner Ecke? Ja, das steht so rum. Hey Jungs, ich hab immer noch freshe Rhymes und so. Guck mal so, Mann, ganz ehrlich, bestimmt voll die abgebrühte Bitch. Ey, die Story nimmt mich so mit, Mann. Ich bin so traurig jetzt. Ja, die Characters sind alle voll liebenswert. Voll liebenswert, ja. Hier im Gebiet gibt's nur diese eine Mission. Ja, warte mal. Hier gibt's auch Hintereingang. Hier ist ein Hintereingang. Hahaha. Sogar hat Hintereingang gesagt. Hat Hintereingang gesagt. Ah, hier gibt's vielleicht irgendwelche Sachen drin zu holen. Ja, dann suchen wir. Wir verlassen uns auf die Soto. Ich will diese Mission abgeben. Ja, hier bei mir kannst du die abgeben. Ich seh dich laufen und hüpfen. Nice. Nice, Mann. Nice, Mann. Wenn du so ganz hoch in der Luft bist, kommt so ein bisschen Dampf aus deinem Arsch und du fliegst schneller. Wie im Real Life. Ja. So ein natürlicher Boost, ey. Wenn ich zu spät für die U-Bahn bin, lauf ich einfach los und lass voll einfahren, ey. Dann gib dir das eine Minute extra. Schaff ich's meistens, ja. Ah, okay. Dann verlierst du aber auch Sauerstoff. Ja, meistens. Also die einen nennen das, als du nennst, dass wir Sauerstoff. Ich nicht unbedingt erwarten. Ich schieße mal auf dich, Mude. Ich weiß auch nicht. Du siehst immer aus wie du und geht's mir. Ja, ich schieße nicht. Ach und Granate. Das stimmt. Sollten wir uns nicht mal lieber so knallbunte Klamotten aussuchen, wenn wir in der Stadt sind? Ja, können wir gleich machen, ja. Das ist schon Ammo-Verschwendung. Rüppeluniform brauchen wir, Mann. Boah, neues kennst du, gell? Da wird er, da wird er, da wird er ganz heiß. Das ist so ein Outlaw, baddest Outlaw, Mann. Was ist das hier, Mann? Keine Ahnung. Ist das Artec? Das ist Sparky the Magic's Farts Blackbot. Er macht komische Hausmusik und tanzt. Fettes Special Feature, Soko, Mann. Weißt du, ne? Ja. Boah, fett. So einen kleinen Haus-Bot hat der, Mann. Das ist so ein Dev-Punk. Das ist auch nicht, was ich mit dem anfangen kann. Der ist halt Dev-Punk, ja, Mann. Der steht auf French House. Keiner weiß, was du mit dem anfangen kannst. Ja, der kann anfangen. Der steht einfach nur rum und macht Sound. Und tanzt. Und du hast echt die besten Specials. Und das ist nervig, ja. Das ist nervig für alle. Wie es halt so ist mit Claptrap, ey. Heuer will mich angrillen. Angrillen? Ey du hast mich angegrillt. Hehehe. Lass dich nicht angrillen, Mann. Ja Mann, oh ne Scheiß. Ja, Mann. Ah hier, ich hab's, ich hab's. Okay. Okay, fett Mann. Ich schick das Raumschiff in den scheiß Weltraum. Hör ja mal. Start nochmal mal. Mit dem Alien, oder was? Ich weiß es nicht genau, aber die trennt gerade so eine riesige Einheit ab. Schießt sie in den Weltraum. Oh, ich seh's. Oh fuck, oh fuck, das Ding fällt runter. Ah, doch nicht in den Weltraum. Toll, nur ihr könnt es sehen da oben, oder? Ja, weil wir halt auch die ganze Arbeit machen, Soko. Und eigentlich machen die anderen alle überhaupt nichts. Doch, jetzt fliegt sie in den Weltraum. Ah, nice. Good job. Geil, was ich jemals gesehen habe, Soko. Ja, das war der Hammer-War. Oh nein. Können wir die nochmal neu spielen? Das ist eine Explosion. Das ist das Schönste, was ich hier... Ach, das war das schön.